Willkommen zum nervigsten Spielaufgaben. Jojo, was geht ihr kleinen Pinguine? Ich hoffe es geht euch allen gut. Wir haben ja schon wieder länger nicht voneinander gehört, was größtenteils an mir liegt. Wie die Woche sah, hier bin ich wieder zurück und habe ein neues Video für euch. Und zwar wird es diesmal so eine Art Highlight-Video aus ganz viel unveröffentlichtem Material, das bisher irgendwie nicht so wirklich ein ganzes Video angeht, aber trotzdem halt so witzige Stellen hatte. Also wie so ein Twitch-Highlight-Video, nur dass ich kein Twitch habe. Warum eigentlich nicht? Soll ich streamen? Aber zumindest kam die Idee schon mal gut bei euch an und ob euch das Endprodukt auch gefällt, das erfahre ich zwar erst nach Release, aber vielleicht könnt ihr mir mit einem Däumchen Bescheid geben. Und damit viel Spaß mit meinen persönlichen Highlights der letzten Jahre. Weißt du, triffst den? Ich kann mit dem Spiel aufhören. Ach, hier ist ein Feuer, da kann ich dann schlafen oder? Guten Abend, die Damen. Was macht die? Ist das gemütlich, Adelina? Ich habe Fragen. Ey, das ist so geil, wenn du mit einigermaßen fähigen Menschen das hier machst. Wir sind hier neunmal gewibed, ey, mit diesen Vollidioten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, das ist aber interessant. Man merkt deine Herkunft. Muss ich jetzt innerhalb der Mauern vielleicht bleiben? Oder hier ist doch kein... Was mit dir? Dalibor. Bist du... Lebst du? Ist der irgendwo rausgeglitscht? Oder sollte der eigentlich irgendwo im Bett liegen? Ja, hier muss der doch wahrscheinlich liegen, oder? Oh! Da ist ein Knüchel gebrochen. Was passiert hier? The fuck? If you lose sight, proceed to call him back. When he's nearby, look high, die Schnauze, have to... Meh. 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 Okay. Ich bin eins mit der Pflanze. Ich bin die Pflanze. Das gibt 100 Deko-Punkte für mein Haus, bin ich mir sicher. Wieso, wieso? Wieso, wieso? Naja, alles gut. Wir haben jetzt ein neues Haustier. Ähm... Es ist nicht das, wonach was aussieht. Ja, ich muss raus. Ich muss mein Gier mal reparieren, aber es geht leider nicht. Was hast du denn für keinen Bock? Was ist das denn so? Du allein wir w vimos. Dann stehen im Fantastica. Yes ta wants, kommt bei ihm oder南 Ruther Um. Ah- compared werden, Dammit! Ich bekomme St conceit. Ja. Annä mh... Ah, hier muss der BSC Handel sein. Ich bin alles, ich lange bin alles. Wie in die Smaer sind? Oh, hier liegt? Oh! Hier liegt minister prise das Vernen davon. Das war daran. Oh, Eukey, lieber immer. Drecksback, ey. Oh, oh je. Okay, flüstern. Ja, ich sehe sie. Lasst uns mal versuchen, diesen Geldbeutel hier zu nehmen. Komm her. Oh, 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 Entschuldigung. Oh, Taisa. 33 Gold, das hat sich gelohnt. Oh, so bin ich erschreckt. Jetzt bin ich gestorben. Ich will diesen Bär aber eigentlich gar nicht ankäufen. Lasst uns mal lieber hier außen rumschleichen und den Schlafen ganz leise sein. Psst. Rallof, hör auf zu reden. Oh nein, oh nein. Rallof, renn. Nicht kämpfen, renn. Oh, Alter. Gott sei Dank. Der arme Bär, das war knapp. Es tut mir sowas von gar nicht leid. Ich will diesen Bär aber eigentlich gar nicht angreifen. Dann lass uns mal auf dem öffentlichen Server gehen. Es ist ja auch nur einer offen. In Island. Mit einer Person. Warte mal, wenn man in Lobby ausmacht, dann gibt es mehr. Aber auch nur in Island. Ach so, Island ist Island, nicht Island. Ja, das Spiel ist so beliebt, aber nur auf Island. Hallo. Ich warne euch. Schert euch. Entschuldigung. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Einen guten Tag wünsche ich. I'm invisible. Ich habe hier ein... Ein was? Ein was? Hast du noch ganz normale Obsidiensteine? Wirkst. Das ist aber so furchtbar. Unheilig. Eine Alte sind die teuer geworden. Die gibt es keinen einzigen auf dem Markt. Die kann ich nicht mehr kaufen. Hä? Wie kannst du das sehen? Du stehst doch am Holzstand. Ja, ich habe gerade geguckt. Schau mal hier. Das ist der Schlafmangel. Der gibt ja super Glück. Marietinziegel kosten 17 Thaler. Die sind komplett bescheuert, ey. Ich sehe, wie viel wäre es, wenn du den einfach mal ins Bett legst. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, das wird sich dann nicht mehr so gewundert. Wallah, Krise. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Clarky! Elisabeth? Die jagt, die jagt! Sie ist aufgehört. Nice hand. Elisabeth Clark. Du kleine Schwein. Elisabeth! Nein, 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 nein! Ich habe sie so gemeint. Elisabeth, nein! Beccy! Du hast nicht mein Foto hinbekommen. Das war es erstmal von mir, bis dahin, haltet die Ohren steif, abonniert den Kanal, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn es euch denn gefallen hat und vor allem folgt mir auf TikTok. Da kommen die Videos alle zwei Monate. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.